Also wir sitzen jetzt hier und trinken hier schön fein lecker Pomeri Champagner und genießen den traumhaft schönen Blick hier über die ganze Anlage. Wir haben ein schöner Echel-Outlook und es ist einfach genial hier. Hier ist das von Pomerika. Es ist so genial. Und liebe Grüße, euer Hubert und ich habe für euch eine Bina Colada. Die ist so lecker, die zerbröselt auf der Zunge.